So, ich muss in ungefähr einer Stunde den Reis fürs Mittagessen ansetzen. Ich wollte ein bisschen das erste Stück üben. Mal gucken, wie schlecht ich mich oder gut ich mich anstelle. So, das Problem ist, Bassschlüsse lesen, da geht der Ärger schon los und deshalb übe ich das als erstes in der linken Hand. C, F, C, C-Dur, C, dann F in Oktaben, dann wieder C-Dur, C, nee das ist auch nicht F, aber in Oktaren, das ist S, F in Oktaren. Und dann, oh, booh, zinnig ein auseinander und dann kommt wieder C-Dur, dann wieder C, dann kommt ein D, oder was ist das da? Das ist wie ein F. C, F, C, F, G. Und dann ist das ein G und ein I. G und ein F. G und ein F. G und ein F. Das ist interessant. So weit kommen wir jetzt gar nicht. Ich probiere jetzt mal. Und da muss man dazu noch an der linken Hand diese Akkorde greifen, das ist gar nicht so einfach. So bis dahin. Das ist von da bis da. So. Jetzt mit Akkorden. Ruhm. 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 Ja. Ja. Du fühlst dich an wie Klingerkrampf. So. Nochmal. Ruhm. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. 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 Und... Wow, meine Hand tut weh. So ist aber so richtig, steht auch so da. Da habe ich ein bisschen was dran zu üben, bis ich das kann. With Feeling. Oh... 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 Steht so da. Oh... 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 C... C... F... C... F... Oh... Oh... Ich sitze zu nah an dem Team noch. So... 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 Oh... 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 So... Da bin ich mal gespannt. So... Ich spiele meine Lippe nur Melodie und versuche dazu die Rechte. Ich wünsche mir eine Lippe. Ich habe schon wieder versucht den Akkor zu laufen, scheiße. Ich spiele meine Lippe. 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 Nein. Scheiße. Deshalb hört sich das so komisch an. Ich kann nicht Klagier spielen. So. Ich spiele meine Lippe. Ich spiele meine Lippe. Ich spiele meine Lippe. Ich spiele meine Lippe. Ich spiele die Lippe. steht umgegangen, aber es geht, es nähert sich an, so.